Musik 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 Nochmal? Hihihihihi Ich will dich nochmal, komm Ok Ok Ich hätte so gerne, ich wäre so gerne oben, aber man vergönnt es mir anscheinend nicht Handschuhe? Nehm Hmm Ich kann hier die Sicht nicht ändern Irgendwie läuft es schon, aber Es geht alles nur hier rein Es färbt sich nicht das nächste Glas Gar nichts tut's Hmm Also das wäre Ding, aber es muss irgendwie gelb sich mischen Oder ich muss es Wo ist gelb, ne? Das ist gelb, ne? Gucken wir mal Ah, fehlt AFM Fehlt doch gar nicht, das ist doch hier, oder? Stimmt, hier fehlt AFM Was ist da in der kleinen Flasche? Naja Ich möchte halt nur wissen, wie ich das halt Verbinden kann Das ist ja richtig Aber warum kann ich das hier nicht irgendwie reinziehen, oder sowas Ja, das weiß ich, das habe ich mir aufgezeichnet Hier Und von, ähm R15 hier Geht es rüber Es muss rüber gehen Auf, ähm 18 hier Hier und hier Kann ich aber nicht machen Ich hab nichts Versteht ihr, was ich meine? Ah, das klappt nicht Ah, ich kann das mitziehen Mhm Interessant So Dann R15 Wäre Hier drinnen Verändert sich jetzt hier irgendwas? Nein Okay Dann wäre ich hier 2 2PF Wäre das nächste Und Hier ist R18 Upsi Achso Achso A18 jetzt Nummer 2 PF ist hier Sind sich sehr ähnlich, ne? Ähm AFM fehlt Aha Alles klar Irgendwo, also ich hätte es schon ziemlich gut Da kann ich irgendwie nix reinfüllen, oder? Dann fühlt sich das hier Dann fühlt sich das hier Ach, Mano Ähm 2PF Ist das hier? Ich hab beide sahen sich sehr gleich aus PL Ich glaub das haben wir gar nicht benutzt, gell? fit R15 War ja da hier Okay P 30 Das Hat sich hier was getan Hat sich hier ein bisschen verändert, ne? weil das ist sie mit dem das hat sich nur um uns verwandelt ja toll ich überlege gerade auf jeden Fall hier kann ich nichts rein tun ich frage mich nur wie kann wie kommt hier das hier dann weiter das ist die Frage ich kann nichts tun es gibt ja noch eine genau beide sind sich sehr ähnlich den gibt es hier auch noch bloß frage mich wohin das wird gelb dann wäre es doch hier besser weil das ist eher gelb das ist mehr gelber oder das ist ja eher grün ne dann macht das hier eher mehr gelb gelb das würde ja eher hier reingehen in R15 und R15 dann gehe ich mal hier weiter das habe ich ja schon rein also das wird gelb gelb geht hier rein da das muss in das muss hier rüber aber ich habe keine Verbindung das ist was mich gerade schockt das wird es auch irgendwie nicht das was ich wollte wie kriege ich dich einfach blau das wird grün Alter Schwede ja das ist grün oder das ist blau ich glaube das ist eher blau so keine Ahnung also hier soll blau rein und hier soll rot rein versteht ihr keine Ahnung ja das wird es richtig schön ich verstehe bloß die Verbindungslinie ist nicht da und das darum wollte ich es kürzen irgendwie oder so hm hm das ist schon eine knifflige Sache hm 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 kann ich nichts tun? die Bären sind schon mal gut was ist in der in dir kleine Flasche was könnte nur drücken auf jeden Fall verändert sich das hier das ist interessant aber aber da tröpfelt es halt nur da raus es wäre gut wenn ich hier irgendeine Überleitung kriege darum meine ich ja ob ich irgendwas ziehen kann noch aber ich kann nichts ziehen mir fehlt irgendwas hab was neues 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 herausgefunden so muss ich meine Stimme wieder aktivieren hier da gab es auch irgendwo irgendwas Press Start get ready ok ich muss hier Kameras anscheinend töten äh ja ich kann irgendwie nicht ah doch hier 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 ich kann einfach hier steuern get ready kann ich das irgendwie mitnehmen naja ach die greifen wir an die greifen wir mit an oh my god Kameras so das muss ich hier au Awe ja ist ja gut sehr gut sehr gut ach der schießt ja das verstehe ich jetzt jetzt komm ja also haben wir ihn doch troffen hier ah doch hier paar Treffer hat er ah schnell weg ich weiß nicht ob es was bringt get ready oh nö oh nö es ist nicht so leicht hier zu steuern ne es ist irgendwie nicht leicht zu steuern aber es geht schon ich denke mal es ist noch ein Level hier ah die sind hier nah dran hier oh fuck oh nö come on out ich weiß nicht ob es was bringt ich kann es halt spielen aber wir probieren es jetzt mal ich weiß nicht äh ich finde im Internet so direkt jetzt was das ist immer super schwierig da muss ich hier auf YouTube gucken ja das ist immer so wieder aber es ist echt wirklich so es ist nicht leicht hier das Spiel weg davon jetzt komm auf die andere Seite Mädchen ja Mädchen bestimmt auch Mädchen du bist ja ein ein süßes kleines Mädchen ein kleines süßes Mädchen he 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 verrückt das kleines Mädchen hier ist muss ich hier mal wieder weg get ready wir haben noch alle Leben das ist gut es ist blöd dass er jetzt oh jetzt komm weil ich verliere ja auch Leber wenn die Viecher immer näher kommen an mein Territorium der Territorium gesichert komm ich hab dich doch ich hab dich doch kleiner nennen wir dich denn dennis Günther upsie ich hab ein Leben verloren Winner Attack of the wo 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 was ist jetzt Attack of the ach gibt's ein Archiv med glaube ich für jetzt weiß ich das ist ein Minispiel im Spiel auch komm das ist nix besonderes komm mal weg yes äh behavior from the network computer machine the bed has been found the drug has been shut down stop alles klar ich bekomms nicht aber es gab ein Archiv med grad und da hängt auch wieder ein Auge aha ein grüner Schlauch ein grüner Schlauch und da ist auch noch ein grüner Schlauch ja leck mich fett am Gläsertuch das ist ja ganz gut meine Güte was ist das ist das eher blau also grün ich weiß dass grün hier unten hin gehört korrekt warte mal das machen wir wieder so grün und das blau kommt hier wahrscheinlich hier hin damit wäre das hier einfach mal verbunden das ist eher 15 hier 2f ich sage immer 2f und ahhh warte sind hier oh also ich glaube ich bin fertig super chemikalien ja ich hab's hell yeah hell yeah hell yeah hell yeah jetzt hab ich's jetzt oder wie jetzt kommt da die Sau fern fern ich habe es geschafft den Autobeloten zu reparieren brauchst du Hilfe? nö jetzt nicht mehr ich glaube ich habe das ganz gut hinbekommen ich habe alles getan was du gesagt hast sehr gut fern also scheint perfekt zu funktionieren ja alles sieht super aus was tun wir denn jetzt hm naja ich wollte dich fragen ob du Angst vor Hasen hast ich glaube nicht eigentlich nicht in einem der Räume ist ein kleiner Hase und der ja möchte dass du ihn dort hast ich habe große Angst vor ihm würdest du mir helfen ihn loszuwerden ich glaube das ist kein Hase das ist ein Kamala ein Hase das kommt wohl auf dem Hasen an bei allem was ich gesehen habe kann ich mir nicht nur eine Art Hasen vorstellen es ist ein Schokohase oder eine mit Hörnern und bösen Augen das musst du selber sehen er hat eine rosenase und blaue Schuhe bring mal um ja seht's einfach da blitzelt nicht bewegt sich nicht stark nur vorsichtig Herr das klingt wirklich gruselig aber ich muss sie sehen sonst weiß ich es ja nie du bist sehr mutig liebes freudige mir freudige, 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 dunkelndang endlich habe es geschafft dann nehme ich einen Schluck Wasser jetzt dafür das war jetzt ne tolle Wurscht ne das war ne Wurscht gell Kätzchen alter Schwede ja dann mach mal um 4 wir gehen jetzt mal hinein ne na na das ist doch das ist einfach nur da ist das nicht nur ein kurbisches Verhalten oh mein Gott ich hab so Angst vielleicht ängstlich Das ist doch nur ein Spielzeug. Das wird sich nicht bewegen. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich traue ihm nicht, bitte. Du brauchst den Ton weg, Ton weg, weg, weg. Okay, ich nehme den Hasen und zeige dir, dass du keine Angst haben musst. So. Ich sollte mir erst den kleinen Hasen holen. Edward hat Angst vor ihm. Gib dir den mal. Ich sollte mir erst den kleinen Hasen holen. Ich sollte mir erst mal den Hasen holen. Okay. Darf ich mal sehen? Oh, der Hase sieht eigentlich aus wie sie. Alter. Alter, möchte er, das ist... Feu, du? Feu, du? Ich will schon mal gucken. Ich will schon so umziehen, gucken. Ich sollte mir erst den Hasen... Ja, ist ja gut, meine Fresse. Siehst du? Nur ein flauschiger Hase. Nichts, vor dem du Angst haben solltest. Oh, du hast recht, Friend. Ich muss keine Angst haben. Was geht nicht, Mr. Nerd Knight? Das ist nicht komisch. Schaube. So. Ich hab nämlich gelesen, Archivement. Hasen füttern. Ding, Astrobrühe ist gut. Aber in diesem Fall hilft es mir nicht weiter. Achso, der ist der Roboterhase. Aber jetzt sprechen wir ihn mal kurz an. Oh, ein mechanischer Hase. Nichts ist. Ich fülle ihn einfach. Geil. Die Möhre ist jetzt... Ich nimm nochmal eine Möhre. Weil es heißt... Ich kann den füttern. Den Roboter. Hier. Und das möchte ich einfach mal kurz ausprobieren. Möhren wird den ganz großen Roboterhase. Brav. Ich versuch's nochmal. Zum dritten Mal. Ich möchte einfach nur wissen, ob das funktioniert. Wenn nicht, ist es auch weischt. Dann spreche ich ihn halt nochmal an. Yes. Freigeschalten. Alle guten Dinge sind drei. Siehst du? Geil, geil. Wütend oder hungrig. Oder beides. Okay. Wie stehst du? Wie stehst du? Welche Scheißdreck? Schön. Da funktioniert auf jeden Fall wohl nix. Okay. Eine Batterie. Wahrscheinlich. Eine Batterie. Jetzt geht's wieder weg. Jetzt schau ich mal nur kurz die Realität an. Also, diese Realität. Ah, das geht nicht. Was soll ich da nur tun? Jetzt kannst du es nehmen. Genau. Sehr gut. Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Okay. Weil ich glaube, er drückt gerne Knöpfe. Nur bloß, wie komme ich jetzt an? Ich kann nicht auf den Aufzug klettern, wenn es schon oben ist. Das ist mir klar, Mädchen. Ah ja. Hier muss ich da das aufmachen. Genau. Ich habe irgendwas gelesen, dass man das muss. So. Okay. Das muss ich selber machen. So. Ja. Nochmal einen. Benutze. Hier. Mutter und Schrauben. Ich weiß nie, was das sind. Okay. Na? 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 Ha. Okay. Jetzt ist es irgendwie auf. Okay. Oh. Es ging auf. Okay. Sieh aus wie ein Ventilator. Da fehlt wohl was. Alles klaro mit der Karo. Jetzt wollen wir den Aufzug nochmal schnell runter. Okay.